Stopp, 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 da lacht noch ein bisschen was zum Einsammeln. Ich hoffe, das ist jetzt nicht weg. Nee, da vorne ist nämlich so Instant Heal. Ah, das tut gut. Hier ist ein Regenerationstrang. Das ist, was ich gleich mal mit. Ah, hier haben wir noch ein paar Pfeile. Da hinten ist auch noch ein Regenerationstrang, den nehm ich mal mit. Wenn ich denn einen mitnehmen kann. Nee, kann ich gar nicht. Du bist zu gesund. Und hier ist noch, nee, da ist genauso viel. Ähm, ja. Bräuchte mal irgendwann wieder Mana. Ich verschieße das immer. Ja, wenn man sich dran gewöhnt hat, das Zeug haut schon ganz gut rein. Ich freue mich da auch drauf, wenn wir mal ein paar mehr Mana-Fläschchen mitnehmen können. So. Nein. Nein. Ladies first zuerst. Alter vor Schönheit. Aha. Ja, in dem Fall stimmt das sowohl im Spiel als auch im realen, naja, nicht wirklich. Ähm. Ich will das Ding kaputt. Oh ne, krieche Viecher. Hä? Wieso hab ich denn? Wow. Jetzt. Nein. Äh, äh, stopp. Äh, kacke. Äh, Moment. Ähm. Äh. Komm, Deckung, Deckung, Deckung. Das hat ihn erledigt. Ah, kommen da noch mehr? Musik ist zwar noch ziemlich treibend, aber ansonsten... Äh, krieche Viech, geh weg, geh weg. Oh, ne. I don't like krieche Viech. Ja, da kommen noch mehr. Ich hoffe, da ist mal ein Heilschrank drin. Ne, Regenerationstrank. Wäre ja auch zu schön gewesen. Wow, wow, nein. Ach. Scheiß Viecher. Ich hasse diese Viecher. Die machen so fucking viel Schaden. Ja. Ah, ihr schon wieder. Ja, doch. Geh hinter etwas. Voll doch. Ich muss erst mal da hoch, bevor ich hinter irgendwas gehen kann. Ja. Au. Wow, macht der Schaden hier. Leckt mich an gewissen Körperteilen. Ouch. That hurt. Ich glaube, auf mich hat er sich nicht so konzentriert. Na, toll. Immer die Frauen hier. Ich muss hier alles abfangen. Okay. Äh. Äh, was ist das für ein Schild? Ja, nichts wirklich Großartiges. Haben wir überhaupt irgendwas eingesammelt? Ja, ein bisschen was. Zwei. Na gut. Äh, ich bräuchte drei. Das wäre extrem gut. Was gibt es denn hier noch? Arktischer Pfeil. Ach, dieses Pfeilgeböse ist mir eigentlich relativ flatte. Okay, meine sind weg. Moment. So. Got it. Möge das Schlachten beginnen. Ich hör was, ich hör was, ich hör was, ich hör was. Ja. Ah, dann. Gut dann sind wir. Komm schon, stirbt mir nicht erst trinken, wenn ich es kaum verletzen kann. So, und Achtung, da unten sind eine ganze Menge. Komm. Hat der mit. Got it. Oh shit, hier kommt noch einer. Wow, wo ist denn dieser blöde Bummenschütze, der da auf mich schießt? Auf dem Weg ist gleich noch einer. So, got it. Und, wow. Oh, bitte lass doch einen Heilschrank drin sein. Wow. Na, komm. Hm, lecker, diese Exekution. Gut, gut, schön. Da schwebt noch ein Regenerationstrank, wenn du eine haben willst. Ich wär mal richtig geil für einen Heiltrank. So, hier haben wir ja noch dieses eine Rätsel hier gehabt. Entzündet die Lichter in schwerer Hand, so zieht ihr gewaltige Schätze an Land. Das Ding musst du, glaube ich, schieben. Jo. You can do it. Ich glaub an dich. Kann ich noch nicht schlafen machen. Na gut. Das ist halt realistisch, dass der so lang waucht. So, dann hol ich mir nämlich mal hier das Feuer. Wie man sich nämlich an dem Rätsel denken kann, muss man hier etwas entzünden. Das letzte Mal hab ich... Was hab ich entzündet? Ich glaube, da drüben. Irgendwie. Beeindruckend. Hm. Versuch das mal mit einem Schwert. Genau, probier das mal mit einem Schwert. Da haben wir nämlich noch eine Drachenträne. So is this. Ich hätte eigentlich gedacht, ich hab die Benachrichtigung eigentlich abgestellt. Und trotzdem wird mir alles angezeigt, wie online und offline geht. Hm. Ne, mir wird nichts angezeigt. Ich hab alles abgestellt. Musste vielleicht später noch mal gucken. Blöde Technik. Echt jetzt mal. Ach, hier müssen wir wieder... Weil wir ja so breit sind. Ja, und so eng das alles ist. Ja, meine Brüste sind halt ausladend. Da kann ich nicht einfach so hier geradeaus durch. Also, das geht einfach nicht. Oh ja, das ist total eng hier. Also, ne, da wäre ich jetzt so nicht durchgekommen. Das ist ganz klar. Ach ja, was will man dazu sagen? Da liegt noch ein Schild. 200. Nö. Ich bin so etwas besser. Danke für mich. Oh, Entschuldigung. Ja, und ich wette, dass Blödenmeister... Oh nein, oh nein, oh nein. Oh Gott, das war diese furchtbare Stelle. Ich versuche jetzt mal mit dir vielleicht nach vorne zu sprinten. Mal gucken, vielleicht bringt es ja was. Komm, ihr! Renn, renn, renn! Komm zurück, ihr Feiglinge! Ihr da! Kommt mit mir! Wir brauchen eure Hilfe! Ich will nicht! Der Oberblödenmeister sitzt da unten in der Falle. Die Vaga bombardieren den gesamten Marktplatz vom Glockenturm aus. Dort unten steht eine Ballista. Wir müssen sie einsetzen, um den Turm zu zerstören. Das ist der einzige Weg, um den Bürgermeister zu... Achtung! Nein! Okay, so, jetzt geht's rund. Achtung, Leute. Diese Stelle ist das Beschissenste, was man sich im ganzen Spiel denken kann. Achtung! Bei den sieben Höhlen! Wo kommen die hier alle her? Als würde es viele regnen! Zack. Da oben sind ganz schön viele dieser Massen. Die kommen... What the das? Wir sind in die Luft geflogen! Wo bist du denn? Hinten, links, rechts. Hab dich! Ich weiß nicht, wo du stehst. Dankeschön! Bitteschön! So, ich mach jetzt hier auch mal ein bisschen... Hier muss man ein bisschen durchrennen. Das geht leider nicht anders. Halt, Schrank! Jetzt müssen wir nur warten, bis das Zeche in die Luft fliegt. Moment, warte mal, warte mal, warte mal. Ich... Halt den Regenerationstrank hier, ne? Das gehört jetzt mir. Den kann ich jetzt gleich sicher gebrauchen. So, und jetzt muss ich gucken, dass ich sehr, sehr schnell an die Ballista komme. Ich guck mal, dass ich mit dir nach vorne renne und ich da vielleicht verteidige, weil sie nicht zu bleiben kriegen die Gans. Ach, Mädel, lauf! Komm mal, komm mal. Lauf doch! Ich bleibe ich. Ach, scheiße! So, Freundchen, würdest du mal bitte von der Ballista weggehen? Die brauch ich jetzt mal. Komm schon. Aber das dauert immer so ewig, bis der da ran kann. Geh, geh! Nicht drück, Kreis! Wo ist der Kreis, Knopf? Wieso kann ich da nicht hin? So, ich versuch dich von hier zu verteidigen. Ja, ich warte mal drück. Oh Gott. Mein Freund, er kommt. Ja, das ist keine schlechte Taktik hier. Das hätten wir vorher ausgenommen. Jetzt, schieß doch! Scheiße, ich hab nicht genug Mana ab, fack. Und, und? Ich glaube... Ja! Ja! Yes! First try! Das hat genau gepasst. Mir ist gerade das Mana ausgeräumt. Das hat genau gepasst jetzt gerade. Perfekt. So soll dein Kampf ausgehen. Hier entlang! Hier entlang! Schnell! Folgt mir! Das war's! Das war's! Daten belohnt werden und nicht zu knapp. Wir haben gehört, Diveat könnte unsere Dienste brauchen. Würde für unsere Dienste bezahlen. Würde für unsere Dienste gut bezahlen. Habe ich noch nicht genug Probleme? Soll ich nun auch noch von ein paar Söldnern um mein Gold erleichtert werden? Ein kleiner Rat. Vielleicht ist dies nicht der beste Ort für Verhandlungen. Also, wie können wir helfen? Es geht um meine Tochter. Was ist mit ihr? Die Varga haben sie entführt. Sie haben in den Höhlen unter der Stadt gelebt, seit... Nun, bevor ich geboren wurde. Aber diese feigen Bestien sind immer unter sich geblieben. Haben sich niemals getraut, zu mehreren aufzutauchen. Nicht bis zu meiner Herrschaft. Gibt es eine Theorie, warum die so aggressiv geworden sind? Da gibt es eine... Substanz, die die Varga angeblich getrunken haben. Eine widerwärtige silberne Flüssigkeit. Die macht sie stark. Fast unverwundbar übles Zeug. Vor ein paar Wochen hat einer meiner besten Männer auf einer Patrouille durch die Hügel ein Fass davon gefunden. Und selbst davon probiert. Es hat ihn stark gemacht. Stark wie zehn Männer. Aber es hielt nicht lange an. Und es hat ihn... verändert. Zornig gemacht. Und besessen von dem Gedanken, mehr davon zu finden. Ich habe ihn einsperren lassen. Aber er ist geflohen, hat zwei Wachen getötet und sich auf die Suche nach dem Zeug gemacht. Er wurde zuletzt gesehen, wie er in die Höhlen hinabstieg. Ich nehme nicht an, dass er zurückgekehrt ist. Nein. Das tut niemand. Ich biete euch ein Geschäft an. Geht darunter. Rettet so viele von meinen Leuten wie möglich und findet meine Tochter. Bringt sie zurück. Und ihr bekommt tausend Goldstücke dafür. Du hast locker tausend mal tausend Stück hier. Zehntausend. Für jeden. Was wird das? Erpressung? Du schickst uns in grausige Tiefen, aus denen niemand jemals zurückgekehrt ist. Meinst du, das würden wir für lau machen? Na schön. Zehntausend für jeden. Hm. Wegelagerei. Hier. Dieser Weg führt aus der Stadt. Macht euch von dort aus auf den Weg zur alten Burg von Dyfed. Im Inneren findet ihr einen Brunnen, der in die Höhlen führt. So kommt ihr rein. Ja. Und uns erwarten Reichtüber, wenn wir unseren Auftrag erfüllen. Freust du dich jetzt, dass ich den Stein geblüht hab? Jo, dann würde ich doch sagen, ist das hier doch ein ganz guter Zeitpunkt, um vielleicht hier einen Schnitt zu machen. Ja. Und dass wir dann hier in der Dunkelheit uns dann beim nächsten Mal durchschlagen. Dann werden wir jetzt mal kontrollieren, ob die Aufnahme in Ordnung ist. Betet mit uns, aber egal. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ciao.